Hallo ihr Lieben, euch ist sicher auch schon aufgefallen, wie bekloppt der Ausdruck eine Lanze brechen für X, für verschiedene Dinge ist. Also wenn dieser Begriff so überhaupt keinen Sinn macht, dieser stark martialische Begriff, eine Lanze für die Freundlichkeit, ist also Unsinn, natürlich. Aber es soll hier ja darum gehen, nochmal, ja sagen wir mal, die Freundlichkeit zu loben und auch warum sie einen schlechteren Ruf hat, als sie eigentlich verdient hat. Bekanntlich stehe ich auf dem Standpunkt, dass Freundlichkeit nochmal weit über Toleranz steht und sehr viel mehr das ist, was wir brauchen. Also das ist ein eigenes Thema, das werde ich hier nicht vertiefen, ich werde vielleicht irgendwelchen komischen anderen Kram verlinken. Aber in der Kurzfassung, Freundlichkeit erübrigt Toleranz, aber Toleranz erübrigt nicht Freundlichkeit. Und das kann man sich vielleicht daran klar machen, dass Freunde einander nicht tolerieren. Ja, da ist Toleranz nicht nötig in einer Freundschaft. Das werden viele bestreiten, aber ich habe dann halt einen anderen Begriff von Toleranz und einen anderen Begriff von Freundlichkeit. So, und wichtig ist der Begriff geworden der Freundlichkeit für mich im Kontext eben auch der Auseinandersetzung mit politischer Theorie und noch viel mehr politischer Praxis. Und dieser antike Begriff der Bürgerfreundschaft oder auf die antike gemünzte Begriff der Bürgerfreundschaft hat das sehr stark ausgelöst. In diesem Video geht es aber stärker darum, warum wir unfreundlich sind, also warum wir nicht freundlich sind. Und ich denke, es gibt wirklich einen Haufen, Haufen, Haufen Gründe, warum wir es nicht sind. Manche sind ganz äußerlicher Natur, also Klassiker sind, räumliche Getrenntheit, also auf die Distanz ist Freundlichkeit sehr schwierig, auf die Dauer. Zeitknappheit ist auch ein Grund, also wenn wir immer gestresst sind, Freundlichkeit braucht schon einen gewissen Raum, auch einen gewissen Zeitraum, um sich entfalten zu können. Und wenn wir also immer zwischen Tür und Angel, immer abgehetzt miteinander zu tun haben, werden wir es uns schwer tun, freundlich zu sein. Und generell, wenn wir unter Stress stehen, ist es schwierig, freundlich zu sein miteinander. Und die beiden systemischen Klassiker, die hauptsystemischen Gründe, warum wir unfreundlich sind, sind folgende Verhältnisse. Wir stehen in Konkurrenz zueinander. Also in Konkurrenzverhältnissen werden wir auf Dauer es nicht hinkriegen, freundlich zu sein. Oder wir stehen in einem hierarchischen Verhältnis zueinander. Also wir stehen nicht auf der gleichen Hierarchiestufe, zum Beispiel im Unternehmen oder so. Auch dort wird es uns nicht gelingen, aus systematischen Gründen auf die Dauer freundlich miteinander zu sein. Das sind auch eigene Themen, lang und breit ausgeführt, warum und wieso und wie sich das genau entfaltet, warum die Freundlichkeit dann immer auf die Dauer erodiert. Eigenes Thema. Also kurz gesagt, es gibt einen Haufen, Haufen Gründe, warum wir nicht freundlich sind. Umso wichtiger scheint es mir, da wo es geht, also wo wir unmittelbar miteinander zu tun haben, wo wir eigentlich Zeit haben oder nicht zum Beispiel absolut abgestresst sind gerade. Und wo wir eben nicht in Konkurrenz stehen und nicht in Hierarchie stehen, sondern auf gleicher Ebene im weitesten Sinne, dass wir da eben freundlich sind miteinander. Und beobachtbar sind wir auch dort seltener freundlich, als wir sein könnten. Jetzt geht es um die Frage, warum. Und ich gehe bei solchen Dingen davon aus, dass wir Menschen sehr, sehr klug sind im Sinne von antizipativ. Und dass eben die Gründe, warum wir etwas nicht tun, was offensichtlich eigentlich nur Vorteile hat, zumindest dem Anschein nach nur Vorteile hat. Und das ist bei Freundlichkeit meines Erachtens so. Ich komme noch gleich dazu, warum eigentlich Freundlichkeit so wahnsinnig, wahnsinnig toll ist. Wenn wir also etwas nicht tun, was AF dem ersten Anblick eigentlich nur Vorteile hat, prima, fahrziehe, dann denke ich, das sind immer Gründe, die eigentlich was mit unserer Klugheit und unserem antizipativen Wesen zu tun haben. Und ich denke, es liegt darin, dass wir a. antizipieren, dass wir das nicht durchhalten können. b. Und dann es zu Enttäuschungen kommt, also jemand, der z.B. immer freundlich ist oder meistens freundlich ist und das dann plötzlich nicht mehr ist, da ist die Fallhöhe einfach größer als jemand, der halt immer vor sich hin grummelt und grantelt und abweisend ist und rücksichtslos ist und nicht mitdenkend ist und nicht die Interessen und Bedürfnisse des anderen mit einberechnet ist oder gar nicht auf sie eingeht, dass die Fallhöhe viel niedriger. Also es baut sich ein Freundlichkeitserwartungsniveau aus, vor allem in Beziehungen, also in wiederholten Interaktionen, wo wir immer wieder miteinander zu tun haben. Da fällt es uns dann sehr auf, wenn Menschen, die sonst immer freundlich sind, es plötzlich nicht mehr sind und wir nehmen es ihnen oft dann auch übel. Während wir andere Menschen, die eigentlich so ein viel niedrigeres Freundlichkeitslevel so einbringen in den Kontakt oder in die Beziehung, wird es Leuten weniger übel nehmen. Das heißt, wir gewöhnen uns auch daran und passen uns auch daran an. Und das ist also, wenn Menschen dann also sich eingrooven auf einem niedrigeren Freundlichkeitslevel, dann ist der Grund meistens der, dass sie eben antizipieren, dass sie dieses Level nicht aufrechterhalten können. Der wahrscheinlich systemisch aber stärkste Grund, warum wir nicht so freundlich sind, wie wir sein könnten, ist einfach der, dass Freundlichkeit tatsächlich, und das tut wirklich in der Seele weh, dass es so ist, aber es ist so, mit Tiefstatus assoziiert ist. Das heißt, überall, wo Hochstatus ist, sind die Leute unfreundlich. Und es ist, da kann man also vor allem mit Servicekräften sehr gut drüber reden und auch mit Leuten, die also mit Leuten verschiedener Schichten und Klassen zu tun haben, also mit sehr reichen, mit mittelreichen und sehr armen Leuten. Und es gibt auch Forschungen dazu, wer ist denn eigentlich freundlicher im Alltag und also alles, was ich kenne und weiß, deutet darauf hin, dass Hochstatus mit Unfreundlichkeit assoziiert ist und Tiefstatus mit Freundlichkeit. Und solange das halt so ist, solange wir uns durch unser freundliches Verhalten, all of my kindness is taken for weakness, solange wir dies nicht entkoppeln können, solange wir das systemisch nicht hinkriegen, ist nicht erwartbar, dass sich Freundlichkeit ausbreitet, sondern eben Unfreundlichkeit ist. Und wir auch durch Unfreundlichkeit, Rücksichtslosigkeit nicht mitdenken, weil wir es gar nicht nötig haben. Das drückt ja Hochstatus auch aus. Ich meine, ich kann mir das einfach kaufen. Ja, muss ich nicht, muss ich nicht, also wenn ich kaufe, wenn ich es mit Geld löse, muss ich nicht mich für die Interessen anderer interessieren. Ich meine, es ist ja schon abgefrühstückt durch das Geld, das ich zahle. Und generell ist es auch so, dass ich nicht mal, wenn ich was zahle, sondern einfach, weil ich ich bin und weil ich Macht habe und weil ich Reichtum habe und so weiter, gar nicht sozusagen so viel investieren muss in Beziehungen und das da mit der Zeit eben auch nicht tue. Und deswegen sind halt Menschen, die dauerhaft in Hochstatuspositionen sind, immer unfreundlicher und rücksichtsloser als andere. Bis hinein in kleinste Alltagssituationen ist das nachspürbar. Also wo man sich dann vielleicht doch mal an der Ladentheke oder beim Arzt oder so verschiedene Menschen aus verschiedenen Statuspositionen treffen. Man kann es also wirklich sehen und hören und fühlen, wie unterschiedlich die Leute sich zu halten. Zum Beispiel, wie kommt jemand in den Raum rein, wie lange ist jemand bereit zu warten, wie hoch sind die Ansprüche, wie schnell ist auch jemand zum Beispiel in der Lage, sowas wie Anwälte zu aktivieren und wie sehr wird das dann halt von der anderen Seite jeweils antizipiert. Also es werden dann halt bestimmte Menschen immer schon im Ansatz ganz anders behandelt, ja, und zwar sehr viel freundlicher, die aber ihrerseits eben nicht freundlich sind. Und deswegen haben wir auch beim Thema Freundlichkeit etwas, was sich nennt im Fachausdruck diametrales Ausleben. Es ist leider nicht so, dass mit freundlichen Menschen freundlich umgegangen wird, sondern es ist vielmehr so, dass mit unfreundlichen Menschen freundlich umgegangen wird, während mit freundlichen Menschen unfreundlich umgegangen wird. Und insofern können wir so auf diesem Weg das Freundlichkeitslevel in der Gesellschaft nicht steigern. Da sind wir wieder bei meinem alten Thema. Mit gutem Beispiel vorangehen bringt rein gar nichts. Also wenn ihr immer die Fresse bekommen wollt, dann seid ihr immer freundlich. Ja, und Leute, die also, bis ihr dann vielleicht kippt oder so. Das gibt es halt auch ganz häufig, dass Leute das also zu lange machen, bis sie dann sozusagen eine Art Freundlichkeits- oder Empathie-Dry-Out erleiden und es gar nicht mehr hinkriegen, freundlich zu sein, weil sie es einfach ausgereizt haben. Ja, so bis zur bitteren Neige. So, das ist jetzt alles die Vorrede. Eigentlich ist dieses Video ein Lob der Freundlichkeit. Merkt man gar nicht, gell? Also, warum ist Freundlichkeit so eigentlich ein wahnsinniger Booster und warum ist das eben auch so traurig und so fatal, das, was ich jetzt eben gerade eben alles versucht habe anzudeuten und zu skizzieren, weil tatsächlich mit Freundlichkeit alles besser geht. Und gerade in Konfliktsituationen, wenn wir Dinge miteinander klären müssen, haben manche Menschen, denke ich, so kommt es mir zumindest vor, die Vorstellung, dass man dann in diesen Situationen nicht freundlich sein dürfe, während das exakte Gegenteil faktisch der Fall ist. Das heißt, gerade in Situationen, wo wir Dinge miteinander klären müssen, wo wir auch eigene Bedürfnisse offenbaren müssen, wo wir sagen müssen, ich brauche von dir X, ist Freundlichkeit ein absoluter Bringer. Ja, das ist möglich, über Freundlichkeit zu agieren und das Einzige, was man halt immer gucken muss, ist, dass man nicht dadurch in eine Tiefstatusposition rutscht und das ist eben weniger trivial, als vielleicht manche glauben. Das heißt, man muss eigentlich eine Position der Kraft, Position der Stärke beziehen und gleichzeitig freundlich sein und das ist eben von den systemischen Logiken her alles andere als naheliegend, also das Gegenteil ist naheliegend. Ja, sobald wir in Hochstatuspositionen, in kraftvollen, starken Positionen sind, verlieren wir unsere Freundlichkeit und da, wo wir es dann halt sozusagen, wo wir dann freundlich sind, haben wir nichts zu sagen, nichts zu melden und über unsere eigenen Bedürfnisse und Befindlichkeiten wird einfach drüber weggegangen. Die werden bagatellisiert, gar nicht wahrgenommen, nicht antizipiert und selbst wenn wir sie artikulieren, was wir dann oft eben gar nicht erst tun, werden sie eben offensiv übergangen oder versanden und werden jedenfalls im Handel nicht so wichtig genommen, wie es nötig wäre. Und nichtsdestoweniger lässt sich mit Freundlichkeit wirklich alles besser klären, weil es einen Moment rausnimmt, der fatal ist für menschliche Klärungsverhältnisse, für Lösungsfindung, für koordinatives Handeln und das ist eben letztlich, dass man sich angegriffen fühlt. Also, wenn der andere kein Freund ist, darf er einem bestimmte Dinge nicht sagen oder kann sie einem nicht sagen, ohne dass wir uns dadurch angegriffen fühlen. Das heißt, wir müssen uns in der Beziehung zum anderen sicher fühlen und das ist nur ausschließlich sicherstellbar über Freundlichkeit. Also, Freunde, Leute, die sich ihrer Beziehung sicher sind und sich des Wohlwollens, des jeweils anderen sicher sind, also der eine weiß, dass der andere ihm wohl will und der andere weiß, dass der eine ihm wohl will, diese Menschen können sich eine Menge sagen und an den Kopf werfen und müssen auch nicht Schleifchen und Löckchen und irgendwas drehen, sondern können relativ direkt zur Sache kommen, ohne dass es ein Problem wird. Während Leute, die in einer unsicheren Beziehung zueinander sind oder in einer Nicht-Beziehung, es ganz, ganz schnell in die Richtung geht, dass es einem übel genommen wird, dass man sich nur noch denkt, du Arsch oder irgendwas in die Richtung und man also vielleicht in der Situation dem nachkommt, aber sein Kooperationsniveau diesem Menschen gegenüber ganz, 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 ganz niedrig ansetzt. Das sind dann Leute, die werden, wenn man es sich leisten kann, sehr nachrangig behandelt. Das heißt, wenn die dann was von einem wollen, können sie lange warten, beziehungsweise ewig warten und kriegen es nie, weil wir sozusagen nicht mehr kooperieren, weil wir uns angegriffen führen und weil der andere jetzt eigentlich nicht auch in der neutralen Kategorie landet bei uns, sondern eigentlich in der Feind- oder Gegner- oder eben Arschloch-Kategorie. Und das geht ganz schnell, das geht super, super schnell und passiert auch häufig, wo das die Leute gar nicht verdient haben. Sie sind halt unachtsam oder häufig ist es gar nicht so, dass sie jetzt was ganz Schlimmes tun, sondern es ist eher die Unterlassung. Also sie haben nicht die Wohlwollens-, Höflichkeits-, Freundlichkeit-Signale geschickt, die wir als Menschen brauchen, um uns sicher zu sein, dass der andere unsere eigenen Interessen, Bedürfnisse, Situationen zu berücksichtigen bereit ist grundsätzlich. Und Menschen, die das nicht sind, sind für uns der Feind. Wir nennen das nicht so, aber faktisch ist das so. Also technisch ist der andere dann der Feind, weil wir ihn wie einen Feind behandeln. Rücksichtslos, nachrangig und wenn wir sogar können, versuchen wir ihm mit Vorsatz zu schaden und das geht super, super schnell bei uns Menschen. Also wir Menschen können uns, und das ist glaube ich schon etwas quer zu dem, wie das so gemein hingedacht wird, so kommt es wiederum mir zumindest vor, die Menschen sind sehr viel schneller verfeindet, als wir glauben. Wir sind aber auch sehr viel schneller befreundet, als wir glauben. Also Freundlichkeit und Feindseligkeit sind sehr viel instabiler, als angenommen wird. Vielleicht ist es nicht ganz symmetrisch, aus der Feindkiste kommt man schwerer wieder raus, als die Freundkiste verloren geht. Also Freunde können sich schneller verfeinden, als Feinde befreunden. Das ist vielleicht kein symmetrisches Verhältnis, aber es geht in beide Richtungen schneller, als wir glauben. Also wir können uns sehr, sehr schnell mit Menschen anfreunden, wo wir denken manchmal, das muss doch Monate und Jahre dauern und dabei dauert es manchmal nur Minuten. Und das Gleiche, dass wir denken zum Beispiel, Mensch, ich habe doch jetzt mit diesen Menschen schon so viel erlebt oder wir sind doch einander sicher und so. Und dann passieren zwei, drei Dinge und prompt ist man füreinander in der Feindkategorie und man weiß nicht, wie einem geschieht, man weiß nicht, wie schnell das geht. Und insofern ist die Unterscheidung Freund oder Feind tatsächlich zentral fürs menschliche Leben, genauso wie die Kategorie von Ober und Unter. Wer ist wem überlegen? Wer hat hier mehr zu sagen? Wer hat hier weniger zu sagen? Wer hat die Hand auf dem Messer? Wer führt hier? Ja, solche Mistfragen. Das sind zentrale Fragen des menschlichen Lebens, die wir nicht abweisen können. Sie stellen sich, ob wir wollen, dass sie sich stellen oder nicht. Ja, sie stellen sich sozusagen von alleine. Sie stellen sich objektiv, auch wenn das nicht schön ist. Also hier sitzt ein Mensch, der das gern anders hätte, wie vielleicht spürbar ist, aber es ist trotzdem nicht anders. Mein Wunschdenken interessiert die Realität leider keinen Millimeter. Es ist, wie es ist. Und nichtsdestoweniger würde ich sagen, ich wünsche mir eine freundlichere Welt und die Frage ist halt eben nur, wie kommen wir dahin? Und nachdem ich ja die Methode mit gutem Beispiel vorangehen schon abgewiesen habe und sage, dadurch, dass du jetzt wahnsinnig freundlich wirst oder dass ich wahnsinnig mir Mühe gebe, freundlich zu sein, wird sich Freundlichkeit eben nicht ausbreiten. Und dann kommen wir immer wieder zum Gleichen, wie sich Freundlichkeit wahrscheinlich in der Realität ausbreitet. Aber da ich das in allen anderen Videos erwähne, lasse ich es hier mal als offenes Ende. Ja, es ist klar, wie man Freundlichkeit, wie Menschen Freundlichkeit untereinander ausbreiten können. Aber es ist nicht der Weg, ich werde jetzt sehr freundlich und dann breitet sich das aus. Sondern wenn ihr das tut, sagt die Wissenschaft tatsächlich, werdet ihr in Tiefstatuspositionen landen, wenn ihr dort nicht ohnehin schon seid. Ceterum censio, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Isonomie, dass die Demokratie gelost werden muss. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Demokratie gelostet ist.